Hallo Welt da draußen. Ich wollte euch heute einen Gartenroboter zeigen, der da gerade fährt. Nein Spaß, natürlich nicht. Ich wollte euch einen Sonnenuntergang zeigen, weil das schön ist. Ich bin hier draußen, habe zwei Videos aufgenommen und guckt euch die goldene Sonne an. Ist das schön. Hallo, ich glaube der Gartenroboter attackiert mich hier. Hier, geh weg mit deinen Geräuschen. Du machst meine Aufnahme kaputt. Was ist denn das hier? So, zurück zur Sonne. Also ich wollte sagen, wunderschönes Bild. Wir haben jetzt September. Das Gras verkühlt an den Füßen. Aber ich finde es wunderschön. Der Himmel ist blau geworden. Hat ein bisschen geregnet heute, aber insgesamt war der Tag gut. Ich habe leider den ganzen Tag vor dem Rechner gesessen. Ja, und jetzt geht es nach Hause die Straße entlang. Ich hoffe, die schönen Impulse, die ich euch gebe, bringen euch auch mal nach vorne. Wenn man nur negativ ist, ist blöd. Ein bisschen Humor brauchst du auch, um die Zeit zu überstehen. Und wenn du dich nicht an positive Dinge und an Hoffnung klammerst, dann kannst du dich gleich einsagen lassen. Also von daher genießt man das Leben. Wird schon immer irgendwie weitergehen. Na.